Hallo, ich bin Julia von InnoNature und heute möchte ich dir unsere Coenzym Q10-Ubikinol-Kapseln vorstellen. Noch bevor ich zu unserem Produkt komme, möchte ich dir einmal erklären, wozu Q10 überhaupt wichtig ist. Und Q10 ist der Bestandteil unserer Mitochondrien. Und die Mitochondrien sind unsere Kraftwerke der Zellen. Und ab ungefähr dem 20. Lebensjahr nimmt das Q10 in unseren Kraftwerken der Zellen ab. Also kann man Q10 zum Beispiel vor allem mit Alterungsprozessen in Verbindung bringen, da eben das Q10 abnimmt ab dem 20. Lebensjahr. Und wir haben uns hier für die aktive Form entschieden, für Ubikinol. Und Ubikinol ist die aktive Form von Q10. Es gibt auch Ubikinol, muss aber erst wieder umgewandelt werden im Körper. Unsere Kapseln nicht. Sie sind besonders hoch dosiert mit 100 Milligramm Q10 und können richtig gut von deinem Körper aufgenommen werden. Und hier empfehlen wir eine Kapsel am Tag. So sieht sie aus. Es ist eine vegane Softgel-Kapsel und sie ist rot eingefärbt mit dem natürlichen Stoff Eisenoxyd, um halt die Kapsel besonders gut zu schützen. Denn Ubikinol ist ein sehr empfindlicher Rohstoff und damit du einfach, ja, die volle Wirkung und die volle Wirkstoffkraft sich bei dir im Körper entfalten kann, dann ist es wichtig, dass der Rohstoff besonders gut geschützt wird. Und das machen wir hier mit dem Eisenoxyd. Und davon, ja, nimmst du eine Kapsel am Tag zu dir. Und nimmst sie mit ausreichend Wasser ein. Und dann bist du richtig gut mit QC-Ubikinol versorgt. Und, ja, falls du Fragen zu dem Produkt hast, dann stellst du sie gerne. Und sonst sind unsere Co-Enzym-QC-Kapseln, ja, wie alle unsere Produkte, 100% natürlich. Sie sind vegan und tierversuchsfrei. Und mit jedem Produkt spenden wir einmal zu für Kinder in Burundi. Ich wünsche dir ein hohes Willbefinden und alles Gute mit unseren QC-Kapseln. Bis dann. Tschüss.